Wow! Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, du dies. Desmond, du das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zu Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir. Aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templer-Verschwörer. Und fände es klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die scheiß Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarten. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart. Oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen! Du musst dich zusammenreißen! Uns rennt die Zeit davon! Also, das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert. Und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen, oder wir gehen zurück zum Animus. Also, ich habe ja prinzipiell eher Bock, zurück in Animus zu gehen. Okay. Äh, ja. Das... Dann mal los. Das war jetzt nicht mal gewollt, es war ein Versehen. Dann mal los. Dann mal los. Dann mal los. Dann aber, dass du nicht zuhause bist, wenn du nicht auf keinen Geist. Dann will ich dich nicht. Dann, dass du es in diesem Geist nicht. Dann, wenn du dich nicht mehr verletzt. Dann dann dich mit der Ange, dann dich nicht mehr und trainierst dich das dich nicht. Dann gleich, irgendwann flach, das wir neben dem Filmen. Dann natürlich dauert dich an dich. Dann will ich dich nicht mehr unternen. Ja, genau. Ja, genau. Was fegt die da, den Dreckboden? Was ist das hier für ein Stamm im Mohawk? Für was? Ich würde einen kleinen Doggo mitnehmen. Was ist das hier für ein Stamm im Mohawk? Was ist das hier für ein Stamm? Uh, Spuren lesen. Ohne einen Pferd zu machen. Kann ich mal aufhören am Dreck zu schnüffeln? Oh, Fuchs. Ah, dahinter war es. Das Dreck am Baum ist der nächste Hinweis. Du bist ein ziemlich gestörtes Kind. Kann ich mal aufhören am Dreck zu schnüffeln? Die Fußspuren sind ja schon sehr deutlich sichtbar. Kann ich mal aufhören am Dreck zu schnüffeln? Weißt du, Connor muss nicht die ganze Zeit am Dreck lutschen. Kann ich mal aufhören am Dreckboden? Kann ich mal aufhören am Dreck zu schnüffeln? Oh nein. Kann ich mal aufhören? Aber da ist ein weiterer Klipp. Kann ich eigentlich nicht überraschend sein, ich bin nicht so ein Stamm. Aber da ist auch eine Art. Man, ihr seid so gestörte Kinder! Ja, hängt nicht eins gleich von der Klippe irgendwo runter oder so. Na, da ist noch ein Hinweis. Ja, gut. Hätte man sehen können. Ja, ich bin auch ein Cheater. Hat sich da gerade einer von denen auf die Schnurze gelegt? Egal. Wenn euch das, wenn euch das? Es ist ja Heze the other way. Auska, Degini, Ausa, Geyedi, Whisk, Yaya, Zada, Sadegu, Jotu, Oyeri, Uskywadet, Igniwadet, Ossewadet, Iyeriwadet, Whiskywadet, Yayaquwadet, Sadewadet, 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 Sadewadet. Ich nehme hier dieses Gestrüpp. Was haben wir hier? Du kommst mir. Bekannt vor. Wo hab ich dich schon mal gesehen? Das war aber nicht nett. Lass mich los! Oh, hört euch das an. Es kann sprechen. Klug, Eitel, und lebhaft dazu! Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack! Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiefen, begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade. Doch du nicht, Scheintes. Nein. Du klammerst dich an euer Leben. Bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Ich verschone dich, damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf. Ja, und einmal mehr kriegen wir in einem Assassin's Creed vollends auf die Schnauze. Und ihr könnt an den fliehenden Tieren in der Luft schon sehen. was wir gleich entdecken werden. Unser brennendes Dorf. Unser brennendes Dorf. Ja, sicher hebe ich das hier hoch. Weißt du, hochheben geht einfacher, als drunter durchzuschlittern oder drüber zu springen. Stemme ich den Balken jetzt auf? Stemme ich den Balken jetzt auf die Schnauzeraum. Gibt es? Oh! Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da! Stemme ich den Balken jetzt auf die Schnauze? Oh! Das ist ein Mal nur, wie Risiken. Achtung, Achtung. Warte. Jean. Jans, die Degas 13 war. Jans... Ich hatte einen Begriff. Aber die Degasen war jemand. Ich habe truppiert. Ich habe ihn, für die Dengasen. Ich habe ihn nicht verraten, und die Degasen, nicht über models. Jans, Jans, Jans! Dann, dann republicans. Wir stellen jetzt den Tag, und wir lassen, und kommen über die Onderung. Wenn wir uns nichts der Welt und das die Leiden kommt. Ich werde die wegschrauben! Ja! Das ist alles! Das ist alles. Ich werde die Rühe hoch. Ich werde die Rühe hoch. Ich werde das nicht. Ich werde die Rühe hochbekommen! Ich werde das nicht mehr. Er ist das nicht mehr. Das ist doch nicht so. Das ist doch ein Fuss. Aber die Ahnung, ich bin mir von der Zeit, das ist schon ein Fuss. Wenn wir uns hierher aufhören, dann kriegst du das noch nicht mehr, wenn wir uns jetzt hier verletzen. Dann kann ich mich nicht mehr davon ausgehen. Dann kann ich mich nicht mehr darauf achauen. Es gibt mich nicht mehr, dass ich dann hier nicht mehr oder nicht mehr verletzen werde. Nur rechts. Nur rechts, Nur rechts. Nur rechts. Noch ein bisschen sicher. Doch, dass sie sich noch einsetzt haben. Sie sind auch schon gewollt. Sie sind nicht mehr als was, sondern sie haben kein Leben gemacht. Das ist nicht viel, aber ich nicht genau, dass es sich nicht mehr zahnt. Ich habe mir dass es nicht mehr mehr zusammenhenessend, sondern es wird nicht mehr verletz. Aber dass du dann nicht mehr Ehrer bist, was? Ja, mit dieser verkrüppelten Steuerung ist es wirklich keine gute Idee. Das Kleidern ist halt total langweilig, ich drücke einfach nur W und rechts. Wenigstens interagieren darf ich noch. So und jetzt stelle ich es das nächste Mal nicht so doof an. Ja, will ich nicht noch berretten müssen. Das ist ein Jahrhadaan. Das ist ein Jahrhadaan. Ich bin nicht noch nie gekommen, aber doch nicht, dass ich mich gerade nicht mehr sei. Deshalb soll ich auch keine Kraft sein. Ich bin nicht mehr als ich, sondern innerhalb von uns. Das ist ein Jahrhadaan. Feigling Gut, ich bedanke mich an der Stelle mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Bis dann und ciao, ciao